Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und ja, ich habe gerade drei Kämpfe verloren. Ich habe gerade drei Kämpfe verloren, ey, ich war bei 1450 oder so und jetzt bin ich schon wieder bei 1311. Oder bei wie viel war ich? Oh mein Gott, oh mein Gott, nee 1428, gut, so schlimm war es dann doch nicht. Nee, ich habe nämlich gedacht, ach komm Caro, spielst du jetzt mal hier so eine runde Clash Royale, ne, und dann war man dann aber schon wieder getrübt, weil wir haben schon wieder verloren. Wir machen jetzt mal die acht Stunden an. So, wir haben vier Kronen, ja, das hatte ich ja im letzten Video gesagt, ja, pro zerstörten Turm gibt es eine Kronentruhe, ja, das ist die Kronentruhe hier, ja, ähm, die man dann bekommt. Und, die, ja, kriegt man dann auch, die gleiche, ja, genau. So, und, ähm, ja, davon haben wir jetzt vier von zehn, ja, also das heißt, wir müssten jetzt rein theoretisch am schnellsten zweimal gewinnen und die drei Türme auch zerstören, dann hätten wir dann die zehn Kronen voll, aber leider wird das wahrscheinlich passieren. Aber egal, was schreibt hier der Chat? Hey. Ja, hey. Okay, kämpfen. Okay, go, go, go. Suche unseren Gegner und ich, hoffentlich, verliere ich nicht schon wieder, ey, ohne Mist. Wenn ich jetzt schon wieder verliere, dann kriege ich, nein, ich kriege keinen Anfall, nein, nein, nein. Viel Glück und so, ja. Okay. Fang mal einfach mal an. Ich habe nämlich jetzt wieder die Blitze drin, weil ich einfach nur so gedacht habe, naja, ey, komm, manchmal verlierst du ja echt sowas von knapp, ja, oder so, oder unentschieden so knapp, ähm, und das finde ich dann immer so ein bisschen crazy. So, also der Turm ist so ein bisschen crazy. So, also der Turm von ihnen hat schon ganz schön jetzt geschluckt. Ah, ja. Ja, natürlich. Prinz, rette uns, rette uns und greif ihn an, bitte, 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 bitte. Ich habe schon mal nicht die Teile, aber, wow, Turm. Down und so, down, down, down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier. Ba-bam. Hier, das ist unser Notfall, die Blitze, ja, dann machen wir den Turm hier down, das kriegt man auf jeden Fall hin mit den Blitzen. Komm, Schweinereiter, los, come on. Schnell, 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 schnell. Und zack. Komm, du kriegst das hin. Power. Power. Schweinereiter. Ja. Ah, aber guck mal, wie viel Schaden der gemacht hat, unser Schweinereiter. Nee, 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 das kannst du verfressen. Kannst du fressen? Ach. Äh, nee. Zack, drei Kronen. Hehe, da hat er nicht aufgepasst. Wow, okay. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder drei Kronen bekommen, ja. Seht ihr? Na, seht ihr? Ja, äh, die macht man nicht auf, nee. Ähm, kämpfen. Ja, auch ohne, dass unsere Kronen voll sind. Aber wir wollen ja natürlich noch einen Kampf hier machen, ja. Wow. Ah, in der Arena fünf. Okay. Baby? Nein, 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 nein. Ähm. Okay. Kanone. So. Da haben aber unsere Bomben ja ganz schön gefressen. Attackier ihn. So, Kanone, halt sie auf. Ah. Okay, komm. So, 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 so. Baby. So, Attacker jetzt. Attacker, 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 Attacker. Ja, den kriegen wir da unten. Und jetzt, der hat er noch nicht. Okay. 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 Come on, everybody. Come on, come on. Sehr gut. Nee, braucht man nicht. Hexe, 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 Hexe. Unterstützung. Unterstützung, Hexe. Ich glaube, der hat schon aufgegeben, oder? Yeah. Und wieder gewonnen. Sehr gut. Gut. Wieder drei Kronen. Wow. So, okay. 35 wieder bekommen. Sind wir wieder 1375. Immer noch weniger als vorher. Und wir können unsere Kronentruhe öffnen. Das, was ich ja mit euch machen wollte. Kronentruhe öffnen. Yeah. Yippie, yeah, yeah. Okay, öffnen. Und mal gucken, was drin ist. 148 Gold. Vier Juwelen. Bam. Okay. Ritter. Ah, da fehlen mir noch so viele. Viele spielen auch noch mit dem Ritter so. Kanonen. Und Riesel. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Okay. Aufrüsten können wir ja an sich nichts weiter. Das hier wollte ich auch. Das kostet Tausende, ja. Tausend. Tausend kostet das. Das ist viel zu viel. Viel zu heftig. Okay. Gut, Leute. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zwei Kämpfe gemacht. Wir haben zwei gewonnen. Ja, davor habe ich drei verloren. Ja, aber egal. Also, ich hoffe, es hat euch ein wenig wieder gefallen. Ein bisschen Arena hier zu daddeln. Ja, falls ihr hier Kartenvorschläge habt, was ich raus, was ich rein, was am besten läuft oder sowas habt oder wir auch immer, ja. Dann schreibt einfach in den Kommentaren oder auch nicht. Und, ja. Ja, den hier finde ich, wie gesagt, viel zu lahm, ey. Bis der hier aus der Hefe kommt. Ja, das hatte ich ja schon mal im Video gesagt. Nee, also, das ist mir zu lahm. Das Teil finde ich auch nicht schlecht, ja. Ob ich das vielleicht mal reinnehme, das könnte ich vielleicht mal machen. Oder hier, dieser Harpuna, die ist auch nicht schlecht. Wo ich da gerne noch warten würde. Bis nächstes, zum nächsten Level. Ja, Frost, epischer Frost. Okay, gut. Also, danke fürs Zuschauen. Bis dann und viel Spaß und bye, bye.